hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge star stable online ein neuer mittwoch ein neues update es gibt ein neues rennen hier beim jovic stall am reitplatz das bleibt definitiv für immer so steht es zumindest in den news ich bin mal gespannt hallo du bist also das schon was willkommen an der jovic stall arena das klingt ein bisschen nach den wichteln vom weihnachtsdorf das ist etwas gruselig mein name ist mark und ich stamme ursprünglich von einer ganz anderen insel dem vereinigten königreich großbritannien ich bin leidenschaftlicher vielseitigkeitsreiter und vertrete jovic bei rennen auf ganzen welt ich lebe schon seit vielen vielen jahren auf jovic diese reizende kleine insel ist zu meinem neuen zuhause geworden es hieß sogar mal eine weile dass die baroness mich für meine dienste im reitsport zum ritter schlagen würde aber das ist letzten endes leider nichts draus geworden da gab es wohl einen medienwirksamen skandal irgendetwas mit einem mädchen das in einen turm eingesperrt war heutzutage nehme ich nicht mehr an vielseitigkeitsrennen teil aber mein alter kumpel ist nach wie vor an meiner seite darf ich vorstellen archibald reynolds cd xl iii der 443 abkömmling einer äußerst angesehenen abstammungslinie von trakenern ich nenne ihn aber einfach archie was warum guckst du mich so an etwas brillante idee eh was eh was brillante idee drüben am goldblatt steil das springen und geländereiten zu kombinieren hat mich dazu inspiriert auch eine solche rennstrecke auszuprobieren möchtest du hä ich babbel heute einen scheiß zusammen sage ich euch auch eine solche rennstrecke auszuarbeiten möchtest du sie ausprobieren so jetzt war es richtig und ja möchte ich du hast glück der jorweg stahl wird gerade von einem neuen rennen beehrt gib mir kurz einen moment damit ich meine kleidung glatt streichen und meine rede noch einmal durchgehen kann okay irgendwas stimmt gerade mit meinem ton nicht aha ich sehe na hallöchen willkommen zum joff das ist ja jetzt nicht wahr oder ich will doch einfach nur dieses rennen oh nee das lange gebabbel ich hoffe ihr seid mir jetzt nicht böse drum dass ich das weg geklickt habe aber das das war nicht so lang ganz ehrlich na komm bis jetzt nicht schlecht sind einige neue sprünge dazu gekommen gut was heißt neue sprünge es wurden alte sprünge optimiert mit irgendwelchen schnickschnack aber das ist doch auch schön okay gut man kann nicht außen reiten war aber ein versuch wert man sieht wieder sehr dass dasselbe ganz arge probleme hat weil die server im moment erst aufgegangen sind zumindest zu dem zeitpunkt meines videos sind sie im moment erst aufgegangen und da gibt es noch ziemlich viele lecks ach so also hätte ich doch von außen reiten können gut wusste ich nicht ist das das ziel ja okay das war doch gar nicht mal so schlecht toll geritten das hat spaß gemacht zu beobachten wie du an jedes einzelne hindernis der strecke herangegangen bist wenn du es noch einmal ausprobieren willst du bist jederzeit herzlich dazu eingeladen bis dann und ja weil jetzt wo ich einigermaßen weiß wo es lang geht so hier springe ich diesmal nicht nochmal drüber weil das bringt nichts hier gehe ich diesmal auch nicht außen weil das bringt auch nichts muss sich feststellen mit bedauern schade natürlich dass das nicht geht aber ist nicht zu ändern also zu weit außen darfst du in keinen dieser sprünge reiten denn äh das scheint irgendwie nicht zu zählen ist natürlich schade und traurig weil einem dann natürlich arg die zeit geraubt wird aber okay man ist gezwungen das so hinzunehmen okay okay wow was für ein rit du gehörst eindeutig zu joviks besten reitern der schlangenbiss war kein problem für dich nö nicht wirklich gut dann würde ich ja aber sagen beende ich dieses video hier an der stelle wirklich viele sind nicht reingekommen was ich sehr traurig finde ähm ja ist halt so gell gut nächste woche gibt es äh ein remake der apalosa ich bin ja immer noch der guten hoffnung dass wenigstens äh zu dem update nach den apalosa ich gucke mal kurz welches update das ist das ist das update vom 26. januar äh na gut ne eigentlich geht das nicht also ich glaube nicht dass jetzt noch mal jetzt so mitte bis ende januar nochmal ein ein januar zeitraffer kommt das glaube ich nicht ich bin aber der guten hoffnung dass hoffentlich spätestens am 9. februar wenigstens äh eine vorschau für die februar updates kommt das hoffe ich wirklich weil ansonsten bin ich ziemlich enttäuscht aber gut sei jetzt dahingestellt ich bedanke mich bei euch ganz recht herzlich fürs zuschauen sagge tschüss und bis zum nächsten mal äh Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020